Um zu regenerieren, brauchst du ausreichend guten Schlaf. Schlechter Schlaf hat viele negative Auswirkungen auf deine Gesundheit. Und ob man gut schläft, hängt von vielen Faktoren ab und auch vom Essen. In diesem Video zeige ich 6 Möglichkeiten, wie ihr durch Ernährung besser einschlafen und durchschlafen könnt. 1. Tryptophan-haltige Lebensmittel Tryptophan ist eine Aminosäure, also Bestandteil von Eiweiß in unserer Nahrung. Gelangt Tryptophan in das Gehirn, wird es dort erst in Serotonin und dann in Melatonin umgewandelt. Und Serotonin entspannt und macht zufrieden, Melatonin macht müde. Tryptophan findet ihr in größeren Mengen Milch und Milchprodukten wie Joghurt und Käse, aber auch in Thunfisch, Hühnchen, Bananen, Ananas, Wassermelone, Avocado, Haferflocken, Nüssen und Samen. Die Wirkung von Tryptophan könnt ihr übrigens durch Sport noch deutlich verstärken. Dazu habe ich ein eigenes Video gemacht, was ihr euch mal ansehen solltet. 2. Lebensmittel, die direkt Melatonin enthalten Melatonin findet sich in Tomaten, Cranberries, Pistazien, Kirschen und im schwarzen Pfeffer. Übrigens jetzt schlechte Nachrichten für diejenigen, die auf Serotonin-haltige Nahrungsmittel schwören. Das Serotonin aus der Nahrung kann nicht in das Gehirn gelangen. Hier gibt es die sogenannte Blut-Hirn-Schranke, die das Serotonin-Molekül nicht durchlässt. 3. Mehr Zink über die Nahrung aufnehmen Ein Zinkmangel scheint das Einschlafen zu verzögern. Viel Zink findet sich in Rindfleisch und in Muscheln, in Vollkornweizen, in Haferflocken, Kürbuskernen, in Linsen und in Erdnüssen. 4. Faserstoffe, auch Ballaststoffe genannt, scheinen die Schlaftiefe zu verbessern. Faserstoffe finden sich in großer Menge in allen Vollkornprodukten, aber auch in Heidelbeeren, Erdbeeren und anderen Beeren und Früchten und natürlich in Gemüse, aber auch in Nüssen. 5. Die Kohlenhydrate besser abends als morgens zu sich nehmen. Das gilt jetzt natürlich nicht für die Diabetiker, aber eigentlich machen wir es ja umgekehrt. Morgens ein Brötchen mit Marmelade oder mit Honig, Joghurt, mit was Süßem, um schnell Energie zu fühlen und zu bekommen. Aber eigentlich wäre in Bezug auf den Schlaf abends der bessere Zeitpunkt. Kohlenhydrate führen zu einer besseren Durchgängigkeit von Tryptophan aus der Nahrung in das Gehirn. Und dadurch steigt dann der erwünschte Serotonin- und Melatoninspiegel an. 6. Nicht zu spät essen. 3-4 Stunden vor dem Schlafengehen scheint am besten zu sein. Nach dieser Zeit ist der Magen dann schon wieder so gut wie leer und kann sich beruhigen. Die Nährstoffe befinden sich jetzt auch schon zu einem guten Teil in eurem Blutkreislauf. Und auch das Tryptophan hat hoffentlich bereits den Weg in euer Gehirn gefunden. Ihr habt jetzt also eine Idee, welche Lebensmittel eurem Schlaf gut tun können. Lass uns einfach mal ein paar davon kombinieren, quasi als Idee für einen Schlafsnack. Wer es gerne salzig und deftig hat, eine Dose Thunfisch in einer Schale geben, Kirschtomaten klein machen und dazugeben. Oder noch besser vorher 30 Minuten im Ofen so ein bisschen anrösten, damit sie schön karamellisiert sind und matschig und süß schmecken. Ein paar Avocado Stückchen passen da gut zu, ein bisschen Olivenöl drüber, zum Schluss ein bisschen Sesamkörner, Kürbiskerne vielleicht noch mit Pfeffer abschmecken, gut durchrühren. Was kann man so weglöffeln? Oder als Dip mit ein bisschen Vollkornbrot essen. Wer es lieber leichter und süßer hat, griechischer Joghurt, natürlich Natur oder vielleicht auch Quark mit etwas Banane, Erdbeeren und Heidelbeeren mischen. Dazu eine Handvoll Nüsse oder Samen. Cashews und Sesam, die passen richtig gut. Man kann noch ein bisschen Weizenkleie für Fasern und Zink dazugeben und für weitere Süße vielleicht ein bisschen Feigenmarmelade oder Traubensirup. Und dann zum Schluss für die Puristen einfach eine Schale mit Kirschen. Natürlich wirkt das Ganze nicht wie eine Schlaftablette. Ziel ist ja eine langsame und dauerhafte Verbesserung eures Schlafs. Verstärken könnt ihr das Ganze natürlich noch mit Kraftsport. Warum und wie das so ist, das seht ihr in dem Video hier. Also guten Appetit, schlaf gut und bleib gesund.